Moin Leute hier ist Winnie von MS Gamer TV und ich begrüße euch herzlich zum vierten Teil des Epic Events. Aus Server 21 haben wir ja bereits alles erledigt, alle Pilze aufgebraucht, Tränke sind aufgefrischt, Reitier ebenfalls und jetzt machen wir hier weiter auf Server 20. Hier sind Reitier und Tränke ebenfalls im Top Zustand, deswegen werden wir jetzt mal in den Waffenladen schauen. Nebenher habe ich auch noch ein bisschen Alu am Start, denn es kann sein, dass wir wieder Goldmangel kriegen. Schauen wir mal, was liebe Shakes heute für uns bereithält. So, hier haben wir eine Geschickwaffe. Das Problem ist halt nur, wir haben als nächstes hier, ach das kann ich jetzt gerade nicht zeigen, aber den Menschenfresser als Dungeon Gegner und der ist geschickt. Aber das Problem ist halt auch, es macht wenig Sinn, sich jetzt auf Geschick Items umzurüsten, denn erstens kaum Gold und zweitens folgen ja nach dem Menschenfresser drei Krieger. Da sind die Epics halt wieder Vorteil. So, schauen wir mal, was der liebe Shakes jetzt für uns als nächstes bereithält. Und auf Server 9 bin ich auch noch ein bisschen am Alu machen, um später hier auch noch weiter blättern zu können. So, bisher noch kein Epic. Eigentlich bin ich ja voll Epic, aber ich brauche halt dringend drei Attribute. Ja, solche Stiefel halt nicht. Obwohl meine quietschgelben Gummistiefel aus des Augenkrebses äh, schon was älter sind, aber das ist auch ziemlich teuer. Ich weiß gar nicht. Komm, ich kauf das jetzt mal. Hab ich überhaupt heute schon was ins Klo geworfen. Da muss ich gleich auch noch schauen. Auf jeden Fall, die würden mir schon weiterhelfen gegen den Schwarzschädelkrieger, der danach kommen sollte. Und hier haben wir einen neuen Gürtel, der ist aber nur knapp besser. Hat zwar auch eine bessere Rüstung, aber darauf verzichte ich jetzt. Einen drei Attributige Epic Waffe wäre sehr schön. Aha, hier haben wir auch was. Sehr schön. Der ist auch ziemlich günstig. Den werden wir auf jeden Fall nehmen. So, jetzt bräuchte ich halt noch einen neuen Helm. Handschuhe werden auch nicht schlecht. Ein paar Pilze haben wir noch. Aha. Ne, Brustpanzer habe ich ja gerade bekommen. Der ist zwar auch wieder besser. Von den Werten her. Aber die Rüstung ist auch nice. Und der ist auch ziemlich günstig. Ähm. Die drei, die insgesamt neun Attribute mehr. Ich weiß gar nicht, was sagt eigentlich meine Rüstung. Ja, die ist eigentlich schon fast top. Ne, komm. Den kauf ich mir jetzt nicht. Da blittere ich lieber 15 mal noch mehr. Ich bekomme lieber Shakes eine schöne Epic Waffe. Schade eigentlich, weil ich ja gerade diese Harpune vor kurzem das bekommen habe aus dem Klo. Aber drei Attribute wären schon besser. Aha. Hier haben wir einen Helm. Ja, die Rüstung ist aber... Na komm. Die Rüstung ist zwar eine Katastrophe, kann man schon sagen. Aber die Werte sind halt richtig gut. Fast schon an die 200. Aber bisher habe ich eigentlich ganz gute Epics bekommen. So, ich glaube jetzt werde ich da mal kurz in den Zauberladen wechseln. Denn da fehlt mir noch äh, ein besserer Ring. Tränke brauche ich jetzt keine mehr. Mein Lebenstrank geht bis zum 1. Dezember. Also das ist noch ziemlich lange. Über zwei Monate. Ja. Ich wollte gerade schon gucken. Auch wenn jetzt nur Gold kosten. Aber ich brauche das Gold jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich jetzt runtergehe hier mit den Pilzen hier im Zauberladen. Im Moment kommt ja noch gar kein Epic. Ich denke mal, ich werde jetzt auch auf Anhieb keinen Ring finden. Doch. Ist das geil. Ich finde direkt einen Ring. Aber der ist ziemlich teuer. Mal sehen. Die bringen auch nicht nicht mehr sowohl. Sonderbar viel. Ähm. Ja, die Quest ist fast vorbei. Schauen wir gerade noch mal so lange Waffenladen. Da auch noch ein Epic kommen. Aber damit habe ich dann auch den Zauberladen abgehakt. Auch sehr schön. Wir können ja gleich mal dann den Dungeon probieren. So. Hier kommt gerade kein Epic mehr. Kommen schon. Eine Epic Waffe. So. S9. Wie dann kann. Ja, die bringt ordentlich Gold. Also schon gerade eher die Quest an die mehr Gold bringen. Kommen schon lieber Shakes. Eine Epic Waffe. Drei Arte gute. Den Chicken Master. Oder das Drachenfeuer. Welche gibt es noch? Ne. Kein Glücksepik Gürtel. Kein Glücksepik Gürtel. Die Bovo Sela kann ich ja noch nicht finden. Aber die finde ich jetzt auch nicht so besonders toll. So. So. Taverne blinkt. 10.000. Ja, dann werde ich folgendes tun. Dann werde ich halt jetzt hier diese Maske verkaufen. Und dann kann ich ihn immer noch nicht leisten. Ach man. Dann muss ich halt auch noch die 5 Minuten warten. Und schauen wir derweil noch weiter hier im Waffenladen. Ja, wegen Epics aufbewahren. Fürs Klo ist jetzt ziemlich schlecht. Grund des Goldmangels. Und Dungeon. Wenn ich jetzt das Ungeheuer. Äh, beziehungsweise nicht das Ungeheuer. Den Menschenfresser. Ähm. Gesiegt habe. Dann kommen ja die ganzen Krieger. Und die könnte ich eigentlich dann leichter schlagen mit den ganzen Epics hier. Also sobald ich den Ring hier gekauft habe. Werde ich mal. Ähm. Den Dungeon probieren. Ja. Waffe kann ich mir gerade auch so nicht leisten. Also jetzt so eine Geschickwaffe. Jetzt ist aber mal gut hier Shakess. Jetzt muss mal wieder ein Epiker Schein. Na. Die Waffen kosten ja auch schon wieder einiges. 140.000. die spannen sind nicht so teuer die entsprechen ja quasi vom durch den schaden meiner harpone und da haben wir wieder eine lederhose die auch nicht im geringsten verbesserungsfähig ist hier noch ein gut so wir sind aber jetzt auch gerade keine geschickswaffen mit dabei alles nur stärke ausdauer und intelligenz hier hätten wir eine geschickwaffe die kostet aber auch 142.000 so da habe ich vom dem regen bisschen mehr die ist auch nicht schlecht die kostet 160.000 so die sind alle verdammt teuer hier haben wir auch wieder ein gürtel nein danke ich verzichte und die hat sogar noch unter 400 durch den schaden das ist ja viel zu schlecht hier haben wir 410 was ist auch ein pilz 82.000 aber die spannung ist blöd naja sobald hier der quest vorbei ist werde ich mir dann den ring kaufen aha okay gut die sind auch sehr schön die hinterlistigen fußparasiten da finde ich jetzt krass wie viel der ring kostet im vergleich zu den schuhen der ring sogar noch schlechter von den werten ja gut dann mache ich folgendes werde jetzt erstmal die schuhe kaufen so und dann schaue ich erst mal gleich nach 55 sekunden ob ich auch was von ins klo werfen kann oder schon getan habe bisher noch keine epic waffe auch gestern hatte ich noch keine hier haben wir schon wieder schuhe hier haben wir diese tentakeln die auch verdammt günstig sind also ich weiß nicht wenn wenn ich jetzt wüsste dass ich nach einer kurzen zeit wieder so einen ring krieger drei attribute dann würde ich weiter blättern weil der ist mit ziemlich teuer und für die schuhe ja jetzt ist gerade die quest vorbei jetzt kriege ich hier glaube ich ich habe ich mal gerade ins klo was geworfen habe ich heute schon gut dann probieren wir mal den dungeon habe ich jetzt alle neuen epics eingeschmissen ja man sieht schon geschickt ist noch nicht mal bei 4000 da war aber ich weiß gar nicht jetzt wie viel versuche ich bräuchte um den zu leben also ich glaube doch gelegt jawohl wir haben ihn gelegt und ja kein gutes epic aber das ist mir jetzt egal wir haben ihn gelegt und da kriegen wir auch direkt 172.000 für perfekt dann kriegen wir auch direkt den ring und verkaufen jetzt diese schuhe und dann geht es mal weiter im dungeon und der muss eigentlich gar kein problem sein also vermute mal jetzt nur noch weniger als zehn pilze und dann liegt der das war jetzt glaube ich der sechste siebte achte hallo du sollst alles fallen neunte zehnte er fällt noch nicht und auch bis 610 verdammt dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen gold können auch noch eine quest hier ist auch wieder einer vorbei machen wir einen neuen so und dann können wir noch hier was im waffen laden schauen denn ich will eine neue epik waffe oder beziehungsweise ein der gürtel geht noch besser was auch cool wäre wenn ich diese ganzen parasiten ähm klamotten hätte also da fehlt mir noch hier ich glaube das gehört ja gar nicht zusammen da gibt es ja so tentakeln und halt hier noch so ein parasiten gürtel weil die setzt finde ich auch ganz gut gelungen von der zeichnung her naja jetzt kommt hier wieder so ein pilotenjacke aber eine epik waffe lieber shakes ne nicht schon wieder die parasiten ich hab so noch pilze aber ich will jetzt nicht immer ähm 50 pilze für eine epik das ist ja ziemlich kostspielig hier komm schon die epik waffe hätte jetzt auch bestimmt schon durchschnittsschaden von 420 ungefähr mit der würde ich auch den nächsten dungeon legen legen hallo lieber shakes ein epik eine neue epik waffe äh ne in zauberladen muss ich jetzt nicht mehr gehen deswegen kann ich jetzt eigentlich nur noch hier ach hoffen auf eine epik waffe und ich kann mir denken wenn ich jetzt eine finde es ist keine drei attribute schlimme glücks epik waffe wie zum beispiel den ähm was war hier nochmal eine glücksepik waffe das war doch jetzt muss ich gerade überlegen ah ja dieser neon bogen da der kommt bestimmt gleich das heißt gleich bestimmt in 5 minuten quest ist ja fertig gut dann haben wir direkt nochmal ein Pferdsrennen für ein bier und schmeißen noch eine runde vielleicht will der shakes ja auch was und gibt uns dann dafür ein paar mehr epiks im angebot ja jetzt kommt schon wieder dieser helm der top rüstung hat eine rüstung ist jetzt im keller 85.000 aber es sind ne das sind nur 6 attribute gute also ich weiß gar nicht jetzt so genau bis gestern mehr glück hatte das kann gut sein nur halt gestern hat mir das problem mit dem gold heute ja eigentlich auch aber ich kann jetzt gerade noch alu machen so jetzt noch bis 450 schon wieder dieser glücksepik gürtel danach auch jetzt bin ich schon runter gut dann werde ich jetzt mal gerade ach ne ich bin ja gerade in der quest ne ja ich bin echt so perfekte organisierer kann man sagen also dass ich so lange auf ne epik waffe warten muss das ist echt schon fies ich hab jetzt gedacht ach ja ich hab so viele pilze noch da kommen auf jeden fall noch 2-3 epik waffen aber scheinbar will der shakes das nicht zulassen er möchte dass wir ordentlich pilze bei ihm lassen und sobald ich dann eine finde die gut ist aber teuer gut und teuer gut dann werde ich mich von dem box ring mal teilen und her damit so drei attribute wären wir zwar lieber gewesen wo ich denken könnte dass noch einer jetzt folgen wird weil ich jetzt gerade ja mein ganzes gold in diese epik waffe investiert habe ähm buenos tardes amigo ja genau und natürlich auch mal wieder hier den brennenden feuerbildstulpen der hölle ja jetzt kommen sie langsam alle auf einmal so sobald taverne blinkt springe ich dann rüber in den dungeon und werde nochmal den drachen des wahnsinns probieren die sind sogar noch schlechter als meine tentakel die quest dauert noch wie lange? ach noch 4 minuten ja dann kann ich eigentlich etwas langsamer angehen weil wenn ich jetzt hier noch ein epik finde was ich gerne bräuchte dann bin ich ja wieder so im wartemodus also dann müsste ich wieder warten bis die quest fertig ist so ich schaue mal grad auf die zeit ja das ist auch immer das schöne bei sowas vergisst man immer die zeit und jetzt überlege ich gerade ich werde wahrscheinlich dann jetzt das nächste video zusammen mit dem rest von server 20 und den weiterführungen von s9 machen und dann kann sein dass es noch ein video geben wird wo nur noch ein bisschen s9 und dann ist ende also damit das rendern hier auch nicht so lange dauert werde ich jetzt hier die aufnahme beenden ja das war eigentlich dieses video wieder ein gelungenes also habe wieder ein paar epics bekommen ja und bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten video bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020